Helene Fischer, düstere Prophezeiung von Schlagerkollegen Helene Fischer gilt als erfolgreichste Schlagersängerin, doch Schlagerkollege Ralf Siegel glaubt, dass ihre goldenen Jahre hinter ihr liegen. Helene Fischer, Ralf Siegel glaubt, ihr Hype ist vorbei. Mit 39 Jahren hat Helene Fischer acht Studioalben auf den Markt gebracht, unzählige Preise gewonnen und eine Ferngemeinde hinter sich stehen. Die mit Taum einer von anderen SchlagerkollegInnen zu vergleichen ist. Die atemlos Interpretin steht zweifelsohne an der Spitze der Branche. Doch wird es auch so bleiben? Er ist C-Legender Ralf Siegel, 78, sagt der Sängerin nämlich Mauerzeiten voraus. Im Interview mit Freizeitkönig legte er seine Vermutung dar, dass die besten Karrierejahre bereits hinter Helene liegen könnten. Das soll vor allem an ihrem Stilwechsel liegen, denn mittlerweile klingen ihre Songs laut Siegel nach American German Pop. Er bezweifelt, dass ihre neuen Songs genauso gut wie ihre alten Lieder bei den Fans ankommen. Sie hat inzwischen auch ihren eigenen Stil entwickelt, der sehr gefährlich ist, erklärte der Produzent. Er hält es für schwierig, dass Helene mit ihrem neuen Stil nochmal ihren Triumph der letzten Jahre übertrumpfen kann? Ihren Höhepunkt nochmal auszuweiten, halte ich für sehr schwierig. Doch auch wenn Ralf Siegel Zweifel an einer glänzenden Zukunft für Helene Fischer hat, ist er ganz angetan von der Sängerin. Im Interview mit der online lobte er damals die Mutter einer Tochter in den höchsten Tönen, Helene ist sehr professionell, macht alles selber. Helene Fischer, das plant sie als nächstes. Solch kritische Worte wie jene von Ralf Siegel sollten Helene Fischer nicht verunsichern dürfen. Schließlich hat wohl kaum jemand zu Beginn ihrer Karriere ihr solch einen großen Erfolg zugetraut. Neben ihren Album-Veröffentlichungen spielte sie außerdem 2023 eine Megatournee, bei der sie über 70 Konzerte gab. 2026 soll der Konzertspaß auch weitergehen, so plant die Blondine eine große Stadientournee. Tickets für jene sind bereits erhältlich. Verwendete Quellen, Freizeitkönig 1 1 2